Servus, der Kasper des Tages geht heute an die Allianz. Das, was ihr hier seht, ist der Tagesschart, eine Kerze, ein Tag und das ist die Kerze von heute. Also das habe ich so auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt mache ich das mal auf so eine 15 Minuten Einheit, damit man es besser sieht. Das war heute Morgen um 9 Uhr. Da ging es von 220 hoch auf 230, runter auf 219 und sind jetzt, wir haben 17.30 Uhr, bei 221,75. Also wir reden hier nicht von irgendeinem Vierte-Klasse-Wert, wir reden von einem der drei größten deutschen Unternehmen oder vier größten deutschen Unternehmen mit einer Börsenbewertung von 90 Milliarden. Aber das ist schon wirklich heftig. Also Applaus, Applaus, der Kasper des Tages geht an die Allianz. So und jetzt fangen wir mal an DAX. Hier ist der DAX, der macht gerade eben seinen Schlusskurs. Wir handeln im Moment bei 15.231. Im Prinzip hat sich zur letzten Woche nicht viel geändert, außer dass wir hier jetzt einen schöneren Trend anlegen können. Einmal, zweimal, dreimal bestätigt. Hier. Der ist im Moment heute hier und jetzt bei 15.357. Nach wie vor bleibt dieses klassische A, B, C, B, C. Wir müssen über diesen Punkt drüber, das sind immer noch die 15.575, um zumindest diesen Downtrend hier zu brechen oder zu überbieten. Das habe ich bei NTV auch gesagt, das kommt morgen, glaube ich. Nur wenn ein Downtrend gebrochen ist, heißt das noch lange nicht, dass irgendwie ein Abtrend kommt. Dann hat der Markt meistens eine Findungsphase. Also ich befürchte ja, dass wir, sagen wir mal, die nächsten vier Wochen hier irgendwie so rumdümpeln werden. Mal hier ein bisschen reinknabbern, mal da ein bisschen reinknabbern, aber nicht wirklich eine Richtung machen. Schön fürs Daytrading, schwierig für Endanleger. So, wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie, knapp unterhalb von diesem Trend, gefolgt von dem Bollinger Band, dem oberen bei 15.418. Und dann kommt diese fette Zone hier zwischen 15.519 und 15.570. Und dann ist auch gleich schon wieder die 200-Tage-Linie da. Also das ist hier oben, das ist eine Menge Holz. Ich glaube es nach wie vor nicht, dass wir da auch nur die Chance haben durchzugehen. Denn wahrscheinlich knabbern wir das hier mal an, vielleicht gehen wir auch hoch ans Band, aber ich glaube nicht, dass wir da durchgehen. Wir sind technisch hoch, ja, das MACD verliert heute ein bisschen. Heute verlieren wir 0,74 Prozent, also jetzt um diese Uhrzeit. Wir sind nach wie vor, oder gelten als überkauft über den Oszillator. Ich gehe ohne Position ins Wochenende, vor allen Dingen auch nicht im Index. Glaube ich, muss ich nicht machen. Ich habe hier nach wie vor kein sinnvolles, griffiges Signal. Wie gesagt, im Daytrading auf Basis von 5 oder 10 Minuten greift das eher mal. Aber jetzt hier auf Tagesbasis ist das für mich hier in die Münze geschmissen, ob wir jetzt hier mal 50 Punkte höher gehen oder tiefer. Das muss ich einfach so sagen. Vielleicht haben andere oder andere Methoden, mag es sein. Ich habe meine und die sagt mir hier, lass die Finger weg. Es ändert sich auch nichts an den Scheinen. Die gleichen Scheine, es ändert sich leicht der Hebel, es ändert sich leicht die Basis von den Turbos. Aber ansonsten sind es exakt die gleichen wie letzte Woche. Wie gesagt, ich mache keine Position im DAX. Das ist, und den Einzelwerten habe ich, ich habe angefangen Bayer zu kaufen. Aber also auch noch klein und überschaubar. Ansonsten habe ich hier keine Position, muss ich auch nicht haben. Es ist mir zu aussagelos. Signallos, wie ich es letzte Woche geschrieben habe. Muss ich nichts machen. Geduld ist gefragt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.